Hallo und willkommen zurück zu Elden Ring. Wir sind im Skadu-Altos-Gebiet angekommen. Und wir schauen immer noch etwas um, was das hier so ausgenommen hat. Ähm... Ich würde sagen... Wir gehen mal zu dieser Kirche. Genau. Und gegen den Feuers oder das Offengesicht oder wie die Viecher heißen, die möglicherweise zu spät kämpfen. Ich finde sie nicht mega schwierig, aber sie sind mega aufwendig, um zu besiegen. Jetzt noch Pilger. Ah nein. Soldaten. Ja, das ist nicht mehr zu lieben, wenn der Pilger aus der Kirche rauskommt. Hahaha. Kommt noch mal rein. Oder was? Nein. Was ist hier? Die Kirche des Kreuzzugs. Du schalt nicht die Flamme des Mesmer. Aha. Ja, der hat die Schwench ihr Stadt invaded. Oh. Ja, der hat noch ein cooles Schwench, das würde ich gerne haben. Oh, fuck. Nicht heilen. Wie könnte das sein? Forsage mich nicht. Gott. Oh, crazy. Kriegsarsche und Schlüssel zum Gebärsraum, okay. Steht doch hier etwas bei diesem Schlüssel. Im Heiligen Viertel, okay. Und was ist das? Einfach eine Flamme. Ruhige. Skaddel-Fragment. Ja, das scheint so sehr ausgesetzt zu sein. Aber jetzt noch etwas. Ruhige. Ich kann das noch mal packen. Jetzt hat sie hier noch... ...das hat doch völlig so ausgesehen, ob es hochgeht. Jetzt gehen sie hier. Ja, das finde ich schade, dass sie genau die gleichen Fledermäuse genommen hat. Irgendwie... Wäre es doch noch cool gewesen, dass sie zumindest andere Farbe hätte. Schattenreiche Fledermäuse. Aber ja... Da scheint sie sonst nicht mehr zu sein. Hier oben sind wir vorher gesehen. Gut, dann gehen wir... ...zu dem See rüber. Ja, einfach gerade los. Da haben wir noch einen schwarzen Retter... ...und dann haben wir ihn mit. Ich hoffe, dass sie vielleicht mal ihre Rüstung droppen würden... ...wird aber ähm... ...bis jetzt haben sie noch nicht so Lust. Jetzt geht das aber... ...so, oder? Ja. Wie so eine Strasse entlang da. Das ist ein Retter. Ja. 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 Da kann man nicht friedlich einfach zum gegen den Ritter. Ja. 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 Das war's für heute. Ja, traf da mal ein bisschen. Ja, traf da mal ein bisschen. So, jetzt aufpassen. Ja, das war doch nicht so schlau wie der Exter. Ja, traf da mal ein bisschen. Von wo ist denn der Schwarzritter gekommen? Ja, da ist offenbar einfach Röntum gekommen. Ja, das war nicht so schlau. Oh nein, das kann sogar Bären. Starke Bären. Ja, das war nicht so schlau. Bärenwald. Ja, das war nicht so schlau. Ja, das war nicht so schlau. Mhm. Aha. Ja, das war nicht so schlau. Ja, das war nicht so schlau. Ja, das war nicht so schlau. Ja, da könnte noch ein bisschen kniffliger werden. Und dann habe ich da noch mega viel Seelen. Da können wir etwas gewinnen. Dine Frau ist doch echt gut. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ich bin ein, ich bin ein. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Soll ich mal? Wir nehmen mal den Tangit und noch um. Für etwas habe ich die gemacht. Ja, der Tangit wird auch fertig gemacht. Ohohohohoho! Tangit! Mach das nicht, ey, Satan! Aber er ist ja irgendwie die... Verflucht, oder? Ja, der Tangit hat nicht viel gekauft. Dann machen wir doch mal meinen Falcon, komm! Dann haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich nutzt er auch nichts gegen den Pest. Wir haben schon mehr Schatten gemacht, als der Tangit. Wir haben noch eine Blühnebeer. Ja, das war doch so. Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Aber das Licht gelangt! Ah, die Boats bekommen aber doch nicht! Ja, lustig! Ja, lustig! Mhm Können wir doch mal noch gleich am Rand kommen, Lorke Ja 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 Das ist Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Kapuze. Was ist denn das für ein Zauber? Okay. Okay. Und der Gift zum... Das war's für heute. Okay. Ja, jetzt sind wir hier. Bei dem Weg, wo das unten durchgeht. Ja, und da können wir nicht hören. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist giftig, ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Komm. Das war's für heute. 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 Wie hätte ich das geschafft haben. Hahaha Focke Ah, zum Gott drüüüü Ja, kann ich nur noch lesen an. Ja, kann ich nur noch lesen an. Ja, mittlerweile sind wir auch unter der Landbrücke zum Shadowkeep. Und wir betreten den Fuss von Raou. Ja, das ist super, das möchte ich auch gerne haben. Und mittlerweile haben wir schon wieder eine halbe Million Seelen. Wir sammeln den gleich mal ganz schnell. Auch nochmals verbessern. Sehr gut. Nochmals, geht auch, geht auch. Okay. Gut. Stufenaufstieg. Ähm. Ja. Soll ich das noch? Ja. Ja, komm. Ich glaube, es werden wir eh früh oder später noch aufbringen, damit ich den Bogen brauchen kann. Ja, ich glaube, es reicht eigentlich für heute. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.